The weak-minded opinions could never come near this, for my outlook on life is a profound view. Ja, grüßt Sie, wundersch dir nicht wahr. Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie, lasst du dran? Vernichtendes Zeugnis. Und Regen in die Schweiz. Daniel Desta schlicht die Pflicht zur Oberaufsicht. Das Konzert der Postautos. Der weltweit schlimmsten humanitären Katastrophe überhaupt. Die CVP unterstützt alles, was uns Frauen nützt. Die Flüchtlinge im Laderaum waren qualvoll erstickt. Es schickt der Herr den Joggen aus, er soll Birli schütteln. Joggen will nicht Birli schütteln, die Birli will nicht fallen. Das Einzige, das es in Jemen derzeit im Überfluss gibt, sind Waffen und Munition. Und wir tauchen in die Themenwelt von 10 vor 10 ein, Arthur Honecker. Und ein Thema überstrahlt mal wieder alles. Jenes Körperteil, das den kleinen oder auch den grossen Unterschied machen kann. Danke, Arthur. Ja, das ist der Stand der Dinge im Moment. Hier geht es jetzt weiter mit Meteo und dann mit dem Doc Busenwunder, der den Fragen nachgeht, ob ein grosser Busen wunderbar ist oder bloss eine Last. Und was das mit der Gesellschaft zu tun hat und warum eigentlich. Einen schönen Abend. Meteo wird Ihnen präsentiert von RISE. Dass nicht nur erst seit heute bis zum Samstag, sondern auch am Montag wieder emsig gehäuert wird. Bei uns im Land. Ja, mit dieser Prognose wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von RISE. RISE. Untertitelung des ZDF, 2020